Kapitel 78 Die kleine Fälschung Es gibt Situationen, die man ohne die Hilfe des Konsuls meistern möchte. Irgendeinen Erlaubnisschein ergattern, einen Minister sprechen, Studentenrabatt erhalten, also Anliegen, für die man schlecht einen Konsularbeamten bemühen kann. Der erfahrene Globetrotter weiss sich da zu helfen. Schon ein einfacher Jugendherbergeausweis bewirkt mitunter, dass man nur den halben Fahrpreis zahlt. Ist irgendwo eine bestimmte Unterschrift nötig, so lässt sie sich ohne Hilfsmittel, wie durch Leuchten oder mit Kopiergeräten, am besten durch Übung nachvollziehen. Einen grossen Eindruck machen immer eine Visitenkarte oder Briefbogen mit Titeln. Für wenige Mark kann man sie sich in jeder Druckerei anfertigen lassen. Kein Drucker verlangt eine Bestätigung, ob du wirklich der Dr. Reapol bist. Und wenn es erst einmal schwarz auf weiss gedruckt ist, ist dir die Audienz beim Leiter des Sowieso-Instituts oder beim Polizeipräfekten schon sicher. Schwieriger ist es, Stempel nachzumachen. Ist die Stempelvorlage noch deutlich und frisch, kann man den Stempelabdruck mit einem gar gekochten, abgepellten Ei übertragen. Ungleich besser ist der Gummi-, Leder- oder Linolschnittsstempel. Nur gehört zu seiner Herstellung Geduld und Geschick. Besser ist es, Auslandsstempel bereits zu Hause anfertigen zu lassen. Vom Fachmann Wenn man ein gefaltetes Blatt Papier, eventuell etwas angefeuchtet, ein paar Tage in der Gesäßtasche mit sich herumträgt, erhält es die nötige Patina, den Hauch der Echtheit. Michael Canane hat in seinem Buch Tipps und Tricks noch andere Empfehlungen parat. Er schreibt, der legale Weg zum Studentenausweis führt über die Volkshochschule, wo man sich beispielsweise in einen Kurs für gehobenes Mandolinenspiel oder Gymnastik für schwangere Frauen einträgt. Die Last des Studiums braucht man nicht auf sich zu nehmen, es kommt nur auf die Hörerkarte an. Diese sendet man mit 5 DM in Form von internationalen Antwortscheinen bei der Post erhältlich und zwei Passfotos an türkischer Studentenverband TMGT Travel Center Istiklal CAD 4712 Tunel Istanbul. Von dort bekommt man dann einen echten internationalen Studentenausweis zugeschickt. Ganz ausdrücklich erwähnen möchte ich, dass ich diese Methoden nur in echten Notfällen anwenden würde, in Situationen, aus denen es keinen besseren Ausweg zu geben scheint. Die mögliche Strafe bei Entdeckung muss im Verhältnis stehen zum möglichen Erfolg. Ideal ist das echte Empfehlungsschreiben, das man durch ein Gespräch mit dem ausländischen Konsul zu Hause in Deutschland erworben hat. Es ist der ungleich beste Rat. Doch dieser Rat nützt niemandem, dem das Widernis während der Reise unerwartet zustösst. In einem Land, das das Recht des Reisenden auf Benachrichtigung seines Konsulats ignoriert. In einem Gebiet also, wo man sich schon selbst helfen muss. Kapitel 79 Hausdurchsuchung Plötzlich wird dein Haus, dein Zimmer umstellt, gestürmt und durchsucht. Das kann zu jeder Tag- und Nachtzeit sein. Du hast belastende Fotos, eine Waffe, Adressen von Freunden. Wer etwas zu verbergen hat, sollte das rechtzeitig getan haben. Denn nun ist es zu spät. Das einzig sichere Versteck ist das Vergraben. Das System einer Hausdurchsuchung ist überall dasselbe. Es zu kennen, hilft dir, bessere Verstecke auszutüfteln, vorsichtiger zu sein und auch dann, wenn du selbst eine Durchsuchung vorzunehmen hast, um deine gestohlenen Wertsachen wiederzufinden. In diese Situation kam ich mit meinem Freund Dr. Andreas Scholz, als wir nach den Mördern meines Freundes Michael Teichmann suchten. Vier Indizien wiesen in ein kleines Gebietsdorf im äthiopischen Hochland von Goyam. Die Einwohner bestritten von der Tat zu wissen, geschweige denn, mit ihr zu tun zu haben. Jetzt suchten wir diejenigen Hütten, in der ein noch so winziger Gegenstand unserer Ausrüstung wäre, um dem Täter auf die Spur zu kommen. Bei einer Durchsuchung wird das Haus zunächst umstellt. Dieser Sperrgürtel bleibt während der Arbeit bestehen. So kann weder nachträglich jemand entwischen, noch entgeht einem, wenn etwas aus dem Fenster geworfen wird und man schützt die eigentliche Suchmannschaft vor einer Überraschung von aussen. Die Suchmannschaft wird von einem Chefsucher geleitet. Er trommelt die Hausbewohner zusammen und setzt sie von seinem Vorhaben in Kenntnis. Er lässt sich, wenn möglich, den Mietvertrag zeigen, um daraus eventuell zu ersehen, welche Räume zur Wohnung gehören und wie gross sie sein müssen. Es wird alles nachgemessen, um festzustellen, ob irgendwo hohe Wände existieren. Wenn es personell möglich ist, sucht der Leiter der Aktion nicht mit. Er hat die Sorgfalt seiner Mitarbeiter zu kontrollieren und die Gefangenen zu beobachten. Sehr aufschlussreich sind deren ängstliche Blicke, sobald der Suchende in Verstecknähe kommt. Der zu filzende Raum wird haargenau aufgeteilt unter den Suchenden. Jeder ist für seinen Abschnitt verantwortlich. Die Grenzen der Suchabschnitte werden mit Kreide auf Decke, Wände, Teppiche, Möbel gezeichnet. Dabei ist es besonders wichtig, diese Grenzen unter die Lupe zu nehmen. Es muss klipp und klar festgestellt werden, wer für deren Absuchung verantwortlich ist. Wird den Einwohnern gestattet, sich zu setzen, so sind auch die Sitzmöbel einer genauen Kontrolle zu unterziehen, im Hinblick auf Waffen und Verstecke. Denke auch daran, dass der Stuhl eine Schlagwaffe sein kann. Man untersucht alles, die Säume der Vorhänge, den Inhalt von Vasen, Öfen, Lebensmittelbehältern. Man schaut ins Brot, in die Zahnpastatube, Blumentöpfe, ins Rohr der Toilette, in den Mund und notfalls in den Enddarm der Gefangenen. Gesäßstöpsel. Kranke, Frauen und Kinder, deren Medikamente, Stuhlgang, Spielzeug, nichts wird außer Acht gelassen. Je diktatorischer ein Staatssystem, desto gründlicher die Durchsuchungen, weil erfolglose Razzien für die Suchtrupps Konsequenzen haben. Wer die Gründlichkeit solcher Durchsuchungen kennt, muss sich wirklich etwas Neues einfallen lassen. Kommen während der Durchsuchung Besucher, werden sie auch festgehalten und abgesucht. Läutet das Telefon, hebt man es nicht ab, weil Helfershelfer durch die fremden Stimmen der Suchleute gewarnt werden könnten. Die Hausbewohner lässt man ebenfalls nicht an den Apparat, weil die Gefahr besteht, dass sie mit unverfänglichen Stichworten Warnungen durchgeben könnten. Nach einem Grundsatz des Schweizerischen Unteroffizierverbandes, der diese Verhaltensregeln allen Schweizern im Rahmen ihrer Selbstverteidigungsausbildung eintrichtert, muss jede Durchsuchung von vornherein so gründlich sein, dass eine Wiederholung nichts Neues bringen kann. Der Privat-Pkw stellte sich quer vor das Auto meines Freundes Majid. Ein Polizist stieg aus. Warum haben sie nicht gehalten? Warum sollte ich halten? Ich habe ihnen ein Zeichen gegeben. Was für ein Zeichen? Ich habe gehupt. Hier hupt doch jeder. Majid wollte sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Und tatsächlich hupt jeder in Syrien wie wild. Aber ich habe gehupt und ihnen ein Zeichen gegeben. Ich muss sie festnehmen. Was habe ich denn gemacht? Sie haben mein Zeichen nicht beachtet. Dafür werden sie ihre Gründe haben. Ich werde prüfen lassen, ob etwas gegen sie vorliegt. Für Verhaftungen gibt es immer einen Grund. Oder auch keinen. Wie man will. In diesem Falle ging es nur um ein kleines Bakschisch und Majid konnte unbehelligt nach Jordanien weiterfahren. Aber wer schon bei Konfrontationen mit Militärs und Polizisten die Geduld verliert, hat selbst verloren. Offizielle dieser beiden Berufssparten sind nun mal in ihren Ländern kleine Herrgötter und darauf sollte man eingehen, wenn man merkt, dass man die schlechteren Karten hat. Zunächst hilft vielleicht eine simple Entschuldigung. Füge ihr hinzu, dass du das erste Mal in seinem Lande bist und zu viele neue Eindrücke dich noch verwirren. Anders könntest du dir das nicht erklären. Dann sollte ein Appell an die traditionelle Gastfreundschaft erfolgen mit der Bitte um einen Rat, die du dir schnell ausdenkst. Jemand, der dich erpressen wollte, wird nun nicht gleich Rotz und Tränen heulen und dich laufen lassen, aber er wird wohlwollender gestimmt sein. Man kann sich arrangieren. Bei Zoll- und Strassenkontrollen wird seitens der Touristen auch gern abfällig kundgetan, dass so etwas in Deutschland nicht möglich wäre. Auch wenn du Deutsch gesprochen hast, hat dich der Beamte verstanden. Denn der Ton macht die Musik und Musik ist international. Statt rumzupöbeln, komme ihm lieber entgegen und zeige dein Gepäck, deine Papiere freiwillig vor. Das muss dir nicht in Radfahrerei ausarten. Wenn er sonst aggressiv reagiert, ist das verständlich. Erstens tut er seine Pflicht, zweitens gäbe es das in Deutschland doch. Wenn du da weiterhin anderer Meinung bist, dann solltest du jede solche Ungelegenheiten im Ausland insofern nutzen, indem du dich darüber freust, dass es uns in der Heimat besser geht. Der Rat, nie abfällig Deutsch zu sprechen, gilt überall und jederzeit. Auch wenn du trotz dieser Kleintricks abgeführt wirst und du dich unschuldig fühlst, wirst du im Zuge einer Massenverhaftung zusammengeknüppelt, ist besondere Vorsicht geboten. Suche Rückendeckung an einer Hauswand. Trischt man auf dich ein, rolle dich zu einer Kugel zusammen. Das schützt die Bauchpartie. Die Hände decken den Kopf ab. Der Rücken liegt auf der Erde, damit die Nieren geschützt bleiben, die außerdem von den Ellbogen gedeckt werden. So erleidest du die verhältnismässig wenigsten Verletzungen. Kapitel 81 Bestechung Bestechung ist strafbar. Aktive wie passive, in Deutschland wie im Ausland. Dennoch ist sie vor allem in der sogenannten dritten Welt gang und gäbe. Bei den niedrigen Gehältern ist sie vom Arbeitgeber fast mit eingeplant. Der Staatsdiener, der nicht durch Korruptheit sein Einkommen aufbessert, kann häufig kaum existieren. Der Tourist wird dieses Problem besser verstehen, wenn er sich erkundigt, was ein Staatsbeamter, Polizist oder ein Soldat verdient. Es sind tatsächlich meist Hungerlöhne. Das Wissen um diese Minisalers sollte dich natürlich nicht ermutigen, jeden Beamten zu bestechen. Wer bestochen werden will, wird es dir irgendwie kundtun. Du musst deine Sinne lediglich auf Empfang stellen. Da ist zunächst die plumpe Kategorie der Zeitgenossen, die direkt fordert. Dann kommen die, die dir bewusst Schwierigkeiten machen, die den Antrag verzögern, die unwirsch sind, die dir mit unangenehmen Folgen drohen. Du könntest dann einen Geldschein in den Antrag oder Pass legen. Wer darauf aus war, wird ihn sich nehmen. Wer unbestechlich ist, wird ihn drinlassen, zurückgeben. Dränge den Schein nicht zum zweiten Mal auf. Das könnte dir dann als Bestechung ausgelegt werden. Und das kommt teurer zu stehen, als die beigelegte Banknote, die zufällig drin lag. Wer Geld von Hand zu Hand gibt, läuft ebenfalls Gefahr, keinen Rückzieher mehr machen zu können, wenn der andere im Böse will. Die dritte Kategorie bestechlicher Wesen ist die, die dir freundliche Absagen erteilt. Es tut mir sehr leid, aber wir haben unsere Weisungen. Ich würde Ihnen ja gern helfen, aber ich will mal sehen, ob ich beim Minister noch ein Wort für Sie einlegen kann. Hier ist ein Geschenk ebenfalls angebracht, mit ein paar Worten. Wenn Sie das tun könnten, würden Sie mir wirklich sehr helfen. Ich würde mich gerne erkenntlich zeigen, oder? Sie machen mir eine grosse Freude. Darf ich Ihnen vielleicht eine kleine Aufmerksamkeit für Ihre Kinder überreichen? Oder? Sie haben mich gut beraten. Darf ich mich revanchieren? So und ähnlich schaltet man das Risiko aus, wegen Bestechung belangt werden zu können. Und das Allerwichtigste, bestich nie vor Zeugen. Verstehe das nun niemals so, dass ich Bestechung zu einer Allgemeinpflicht erheben möchte. Ich mag korrupte Typen auch nicht, aber dieser Rat gilt für Fälle, wo er Schlimmeres vermeiden kann. Kapitel 82 Konsulate Wer im Ausland Schwierigkeiten bekommt, kann sich an sein Konsulat wenden. Solange er frei herumläuft, ist das einfach. Befindet er sich in Haft, ist es Glückssache. Normalerweise ist jedes Gastland verpflichtet, das Konsulat des verhafteten Ausländers zu benachrichtigen. Aber sicherer ist, sich nicht darauf zu verlassen, sich von vornherein seelisch auf eine längere Inhaftierung einzustellen und alles zu versuchen, seine eigene Meldung rauszubekommen. Motze den Vollzugsbeamten nicht an nach der Devise, das würde es bei uns in Deutschland nicht geben. Damit beleidigst du den Mann und verbesserst damit keinesfalls deine Lage. Außerdem stimmt solche Behauptung nur sehr bedingt. Was darfst du überhaupt von deinem Konsul erwarten? Also auch dann, wenn du nicht inhaftiert bist? In erster Linie Geld, meinte ein Globetrotter, der mir im Irak begegnete. Man muss nur wissen, wie. Und das wusste er. Mit fingiertem Telegramm ließ er seine Mutter sterben, diagnostizierte sich mit Hilfe eines korrupten Arztes schweren Krebs und ergaunerte sich so Fahrkosten und Zergeld für die Rückreise. Natürlich trat er sie nicht an, sondern machte die Tickets mit Hilfe eines Bekannten im Reisebüro wieder zu Silber. Aber irgendwann wirst du in Deutschland zesshaft werden und dann musst du das Geld zurückzahlen, warf ich ein. Aber da hatte ich mich in ihm getäuscht. Er blinzelte mich partnerschaftlich an und meinte, glaubst du denn, ich gehe damit meinen Pass hin? Ich konnte dieser Prahlerei damals nicht nachgehen und feststellen, inwieweit sie auf Wahrheit beruhte. Fest steht aber, dass die Geldschnurrerei bei vielen Globetrottern fester Bestandteil ihres Reiseplanes ist. Und so bleibt nicht aus, dass Konsulate auf diesem Sektor sehr vorsichtig sind mit der Ausgabe unserer Steuergelder. Was man bekommen kann, sind Telefon- und Telegrammkosten, um Geld aus Deutschland anzufordern. Sie geben auch ein kurzfristiges Überbrückungsgeld bis zum Eintreffen deiner Eigenmittel. Konsulate zahlen aber nicht deine bereits fälligen Hotelrechnungen und deine Urlaubsverlängerung. Des Weiteren kann man schon mal die preisgünstige Heimreise verauslagt bekommen, nebst einem sogenannten Zergeld. Auch Arzt- und Behandlungskosten bei akuten Erkrankungen und nach Unfällen werden vorgeschossen und die Bestattungskosten am Sterbeort für einen nahen Angehörigen. Das ist aber auch schon ziemlich alles. Mitunter löst man dir noch einen Scheck ein. Darüber hinaus gibt es nur noch die Möglichkeit, mit deinen Verwandten ein R-Gespräch zu führen und bei der Lufthansa eine Rufbuchung zu tätigen. In diesen beiden Fällen garantieren deine Angehörigen daheim die Begleichung der Kosten. Was ist, wenn du im Gefängnis sitzt? Sobald das Konsulat davon Kenntnis erhält, wird es sich mit dir in Verbindung setzen. Der Beamte vergewissert sich, ob du korrekt behandelt wirst. Er kann dir mit Rat und Tat zur Seite stehen, aber vor Gericht kann er dich nicht vertreten. Das muss ein einheimischer Anwalt übernehmen, den er dir auf Wunsch vermitteln kann. Werden dir jedoch nur der Pass oder die Wagenpapiere gestohlen, kann der Konsularbeamte dir selbst weiterhelfen. Je nachdem, ob du noch Fotokopien deiner entwendeten Unterlagen besitzt oder nicht, geht es mehr oder weniger schnell. Kapitel 83 Genwer Konvention Nachdem ich die beiden diesbezüglichen Broschüren des Ministeriums für Verteidigung gelesen hatte, erschien mir Kriegsführung wie ein sportlicher Wettkampf. So edel und fair wie Schach. Nach der Revise, wenn Krieg schon sein muss, dann mit allen rechtmäßigen Mitteln, aller Überlegung und Raffinesse. Und mit aller Fairness dem Verlierer gegenüber, sind die Dame und der König in Gefahr, werden sie gewarnt. Schliesslich wird der König matt gesetzt, aber nicht geschlagen. Der Verlierer erhält die Gelegenheit zu einer Revanche. Dieses Spiel aller Spiele, dem kein anderes das Wasser reichen kann, weil es nur auf Denken basiert und nie gleich verläuft, muss den Initiatoren der diversen Völkerrechtsabkommen Vorbild gewesen sein, als sie ihre Vereinbarungen trafen. Würden sie von kämpfenden Nationen eingehalten, wäre Krieg tatsächlich mit Schach vergleichbar. In der Praxis sieht es leider anders aus. Natürlich schlechter. Und es scheint auch nicht, als würde sich hier in absehbarer Zeit etwas verbessern. Dennoch sollten vor allem Soldaten um ihre Rechte und Pflichten Bescheid wissen. Sie können vom Feind keine Fairness erwarten, wenn sie selbst sich an keine Abmachungen halten. Aber auch der Zivilist darf dieses Kapitel lesen, denn die Abkommen wurden ebenso für ihn getroffen. Für den, den der Krieg überrascht und überrollt und für den, der sich Rebellen angeschlossen hat und gefangen wird. Den Schutz dieser Vereinbarungen, die nur ca. 80 Länder unterzeichnet haben, geniesst jeder Soldat und derjenige Zivilist, der vom Feind überrollt wird. Der Soldat oder die aufständische Kampfestruppe muss an einem Zeichen erkennbar sein. Meist ist es die Uniform. Er muss die Waffe offen tragen. Er hat Zivilisten zu schonen und vor allem das gesamte Sanitätswesen, Lazarett, Krankenwagen, Personal. Die Sanitäter ihrerseits dürfen dafür keine Waffen tragen oder das rote Kreuzzeichen missbrauchen, indem sie beispielsweise Truppentransporte in Krankenwagen durchführen. Soldaten dürfen nicht mit Gift und Bakterienwaffen kämpfen, nicht auf Schiffbrüche geschießen und auf Fallschirmspringer, die in der Luft schweben, weil ihre Maschinen abgeschossen wurden. Handelt es sich dabei jedoch um regelrechte Fallschirmjäger, die nach ihrer Landung kämpfen würden, darf man sie auch schon während des Absprungsbewegens beschießen. Gegner, die sich ergeben, werden nicht mehr beschossen. Es wird keine Vergeltung geübt für Taten, die der Betreffende nicht persönlich begangen hat. Gefangene werden so gut behandelt wie die eigene Truppe. Sie müssen mit Nahrung, Kleidung, Medizin und sogar Kultur versorgt werden. Sie dürfen nicht zu kriegerischen Arbeiten, Schützengräben bauen, gegen ihr Volk herangezogen werden. Ihre Lager sind als Gefangenenlager deutlich gekennzeichnet mit dem Kürzel PW oder POW, Prisoner of War. Kein Gefangener darf zu anderen Aussagen gezwungen werden, als der Bekanntgabe seiner Personalien und seines Dienstgrades. Er darf nicht seelisch oder körperlich gefoltert, nicht einmal beleidigt, schikaniert werden. Der Siegreiche hat Kulturbauten, Kulturgut, Kirchen und persönliches Eigentum des Feindes und seiner Familie zu respektieren. Nur Waffen, Nachrichten und Transportgeräte dürfen, gegen Quittung, beschlagnahmt werden. Zivilisten, die beim Einmarsch des Feindes ihr Hab und Gut verteidigen, sind dazu berechtigt. Sie handeln in Notwehr und geniessen der Schutz der Konvention. Kämpfer, die sich anders verhalten, vor allem ohne Uniform kämpfen, werden als Kriminelle oder Spione abgeurteilt. Dabei werden dann weit härtere Bandagen angelegt. Wer aus der Gefangenschaft flieht, wird dafür nicht bestraft. Auch dafür nicht, wenn er speziell für die Flucht zum Beispiel Lebensmittel oder Werkzeug entwendet hat. Er hat allenfalls Disziplinarstrafen zu erwarten. Hat der Geflohene aber einen Wachposten getötet, gilt das als Mord und wird auch so bestraft. Der korrekte Soldat erkämpft sich keine Vorteile, indem er Geiseln als Kugelfang vor sich herschiebt. Er respektiert Unterhändler, die sich mit weisser Fahne zu erkennen geben und er hält die regional durch solche Parlamentarier ausgehandelten Feuerpausen strikt ein, die oft nötig sind, um Verletzte von der Front fortzuschaffen. Wenn man liest, welche Kriegsgräuel täglich passieren, lesen sich die Kriegsregeln wie ein Märchenbuch. Ich hatte einmal die seltene Gelegenheit, in Kolumbien einen Mann zu sprechen, der Checuara-Freiheitskämpfer gefoltert hat. Begegnet bin ich sicher schon mehreren Folterknechten. Aber aus Scham und Angst vor Rache verschweigen es die meisten. Dieser brüstete sich sogar damit. Wenn es nach Genf, Genver Konzension, oder Amnesty, Amnesty International, geht, dürfen wir nicht foltern. Aber glaub mir, diese politisch-fanatischen machen es genauso. Wehe, wenn wir in ihre Hände fielen. Wenn wir sie tatsächlich wieder freiließen, würden sie morgen ihren heimtückischen Kampf fortführen. Das ist das alte Lied, wie du mir, so ich dir. Und deshalb habe ich dieser Problematik einige Zeilen gewidmet. Niemand hat nur Rechte. Jedes Recht bedingt eine Pflicht. Sonst wäre Zusammenleben nicht möglich. ein andereses es immer noch nicht macht. Und dann würde ich die Einhorn-Buh an der Weise zeigen. Und dann würde ich die Einhorn-Buh die Einhorn-Buh Und dann würde ich sagen, wenn du das einSad-Buh an das an das das ist, Untertitelung des ZDF, 2020